Ihr bekommt uns nicht, ihr versteht auch nicht, was wir wirklich wollen, werden wir bereuen. Keine Hände sein, gründen ein Verein, sagen gerne nein, sagen Gott und nein. Wenn gleich der Titel wohl wegen des Willkommen für den Beginn des Neujahrsamfangs der Stadt Lugau gewählt wurde und das Original von Rosenstolz eher eine große Diversität der Menschheit beschreibt. Passt es doch irgendwie trotzdem in die lebendige Kleinstadt? Geografisch noch nicht wirklich Erzgebirge, aber auch nicht die räumliche oder soziologische Fortführung der Großstadt Chemnitz ist Lugau eigen. An manchen Dingen gescheitert, wie der Bewerbung zur Landesgartenschau, hat sie trotzdem eine grüne Stadtmitte bekommen. Nicht viel gibt es zu bereuen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Keine Schublade findet sich, in die die Stadt hineinpasst. Willkommen in Lugau. Hier gibt es einen Bahnhof ohne Gleisanschluss. Aber Eisenbahnfreunde. In diesem für gute drei Millionen frisch sanierten Bahnhofsgebäude sollten sie am 13. Januar noch eine Rolle spielen. Diesen Neujahrsempfang hier in Lugau, den gibt es ja noch gar nicht so lange. Nämlich 2019 haben wir das einmal begonnen. Damals noch im Rathaus, im Ratssaal. Ganz einfach, weil damals hier noch der Bahnhof eine große Baustelle gewesen ist. Es folgte dann 2020 der zweite Empfang und dann kam die lange Corona-Pause. Wir mussten also zunächst pausieren und wir wollten auch gern dieses Format oder diesen Empfang jetzt für die Zukunft jedes Jahr durchführen. Das soll also eine schöne Tradition hier in Lugau werden. Und ich hoffe, dass es dann auch in Zukunft ohne größere Pausen dann hier auch durchgehen kann. Den Fokus im aktuellen Jahr hatte die Stadt auf die Vereine und Verbände gelegt. Das werde aber variieren, sagte das Stadtoberhaupt gleich zu Beginn. Denn auch im Bahnhof ist der Platz nicht unbegrenzt. Bei 250 Personen ist Schluss. Mehr als im Ratssaal aber doch zu wenig, um immer alle einzuladen. Möglicherweise verschiebe sich der Fokus im kommenden Jahr auf die Wirtschaft, so Weikert. Seine Wertschätzung gelte aber jederzeit allen. Die Stadt ist weltoffen, so scheut Thomas Weikert auch nicht den Blick über den Tellerrand. Mit der Eskalation des Ukraine-Konflikts brauche eine neue Krisensituation über uns her. Die nun ausgerufenen Sanktionsmaßnahmen in Russland führten zur Verschärfung der Inflation und zu enormen Preissteigungen. Das wohnt dazu ein Sprung an flüchtende Menschen, von denen viele auch in Deutschland und, wie zuletzt auch hier in Huga, angekommen sind. Bis heute sind diese Auswirkungen zu spüren. Sie spüren das im Irak oder im Geschäftlichen. Und so auch wir in der Stadtverwaltung mit Blick auf die Sicherstellung unserer zahlreichen Aufgaben. Die Silvestreflacht in Berlin mit Angriffen auf Feuerwehren, Rettungsdienste oder die Polizei macht uns fassungslos. Der Tod des emilitierten Papstes Benedikt, das Ableben von Queen Elisabeth II. oder das des Fußballidols Pele macht uns traurig. Eine Fußball-WM im europäischen Winter war gut gut. Der Titel für Argentinien und Messi, denke ich, war aber verdient. Klimaaktivisten wollen uns mit spektakulären Klimaaktionen auf den Klimawandel aufmerksam machen. Solche Aktionen brauche es hier nicht. Denn in der Stadt werde sich einfach engagiert. Oft im Stillen. Das Wichtigste an diesem Abend daher auch die Auszeichnung verdienter Einwohner. Brigitte Rönsch erhielt gesundheitsbedingt in Abwesenheit einen Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt. Wie auch Sibylle Kempter, die gute, treibende und engagierte Seele in der Volkssolidarität. Ein weiterer Eintrag wurde einem Trainer-Urgestein gewidmet. Heute ist er in der Turnhalle nur noch Zuschauer. Nein, er ist viel mehr. Er ist die graue Eminenz. Alle achten ihn. Alle schätzen ihn. Und beim Turnverein Liga wird er immer einen Ehrenplatz erhalten. Gemeint ist Henry Straube, der das Turnen in der Stadt und weit darüber hinaus gefördert hat. Und ebenfalls geehrt wurde Sebastian Jung, der den Lugauer Eisenbahnfreunden vorsteht, das Schrankenwärterhaus in Schuss hält und das Andenken an die einstige Kohlebahn zwischen Wüstenbrand, Lugau und Oelsnitz erhält. Nur selten wird die Ehrenmedaille der Stadt verliehen. Der zuletzt geehrte ist der dritte, der sie bekommt. Für seine großen Verdienste zum Wohle und zur positiven Entwicklung von Lugau hat der Stadtrat für die Eintragung ins Ehrenbuch und die Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Lugau vorgeschlagen und beschlossen Herrn Rainer Unfried. Unfried war zunächst als Stadtrat, dann 1994 bis 2008 Bürgermeister in der Stadt. Mit dessen Ehrung endete auch der offizielle Teil des Empfangs.